hallo und herzlich willkommen zurück zu satis factory so wir sind auf dem weg zurück da müsste doch jetzt die juni drin sein gehe ich mal von aus jetzt ist hier drin und fernsteuereinheiten und das nix und da muss jetzt der gummi kommt da kommt der gummi sowie 2500 immer okay da kann man ja unten loslegen hat den trockenen hals ich musste kurz was trinken diese verschiedenen spiele und wenn man mit der tastatur durcheinander so wir brauchen hier zwei manufaktoren da kommen cooling systeme rin da kommen cooling systeme rin radio control units kommen da noch mit hin zwei manufaktoren stehen hier welche okay sind zwei stück was fehlt was will denn plastik ich mach das mal anders okay wir brauchen zwei von denen an zwei wir brauchen einen vier den 16 sampler also fabrikatoren 16 und man sich 28 konstruktoren 28 konstruktoren und 4 gießereien und 13 schmelzöfen mamama 14 ok wenn ich das nämlich oben im bauzug unter hübsch hat mich fast überfahren also wir brauchen beton ist hier beton drin nie plastik ist hier drin ok normal plastik raus dann sonst noch was naja alles andere ist am start ok beton kein beton arsch mich nicht ok rotoren rotoren vielleicht ja toren sind da aber kein beton ich habe kein beton am start auch bitte nicht da hinten das alles abbaut dann habe ich wieder beton ich fahre mal kurz nach hause und melde mich wieder ich habe mal einfach mal 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Wir sind zurück Ja auch Was ist denn hier drin? Okay, da ist schon ein bisschen was drin Okay, okay Soll ich das gleich mehr hier oben machen? Da ist der Ausgang Da und da So, was ist das? Okay Wie ich es unten verlege, überlege ich mir dann noch, wie immer Wahrscheinlich irgendwie chaotisch Okay So, Funk Nee, Quatsch Kühlsystem, wir brauchen mal Zweimal Okay Bedeutet Jetzt hier mal Manufaktor hin Okay Geht da rein Oh, nein Ja, ist ja egal Oder? Ja komm, ruhig da hin Platz haben wir genug Okay Das werden die Alternativen Supercomputer Oder? Ja Supercomputer, Supercomputer Wo sind sie? Alternativ Supraleiter Supercomputer Nö Nö Habe ich den noch nicht? Ja Overclocking Supercomputer? Den habe ich nicht? Nicht in Ernst Mit Kühlsystem Mit Ja Warte mal Was ist das hier? Nee Nee, nee, nee Das ist es auf keinen Fall Das Nee, nee Das ist es nicht Warte mal Ich hab Ich glaube, ich muss das Spiel Neustart Moment mal Ich bin aber auch ein Genie Ihr solltet doch gar keine Supercomputer gemacht werden Sondern Turbomotoren, ne? Einfach nur Turbomotor Der da Oder? War es der? Oder war es der? Nee, das war der Turbomotor Motoren Gummi Und Kühlsysteme Funksteuernheit Motor und Gummi Ja, genau So ist es Zwei Stück Hier einfügen Jetzt bin ich ganz durcheinander Mein Rezept Wo mein Fehler war War nämlich folgender Das ist nämlich hier im Fabrikator gebaut Brauche ich mal Ja, das geht halt leider Nicht ganz mittig Okay So Hier kann ich Turbomotoren herstellen Warte 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 Turbomotor Wo ist er? Ach, warte Jetzt Übertakteter Computer Den brauche ich, ne? Funksteuereinheit und Kühlsysteme So sieht es nämlich aus So Soll mal das zuerst machen Auch hier Gummi Und Funksteuereinheiten Und Kühlsysteme Und hier brauche ich auch Funksteuereinheit und Kühlsysteme Kühlsysteme Okay, Kühlsysteme Kommen hier raus Das sind die Kühlsysteme, oder? Kommen doch hier raus Ja, genau Okay Äh Da kommt hier ein Intelligenter Spiele dahin Der die Sachen Ja, nee Ich muss es auch noch mal Aufs Band bringen Oh, oh, oh Mach ich das denn? Ich mach den so dicht wie möglich dahin Ungefähr Da So Nach rechts gehen dann Kühlsysteme raus Kühlsysteme Und mittig ist Überschuss Okay Sollte jetzt klappen Genau So, jetzt müssen die Kühlsysteme Hier hin Da und da Nee 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 Da und da möchte ich vorne Oder hier so Äh Ja Mit dich Dann nehme ich hier den ersten Eingang Und hier den ersten Eingang Komm schon Komm schon Komm schon Genau Genau Ja, welcher so macht Oder doch gehen Okay Okay. Jetzt kommen hier die Kühlsysteme an. Das sollte eigentlich so passen. Dann produziere ich doch Supercomputer hier und Turbomotoren. Die sollen dann mal... Ja. Hier kommt wenig raus, ne? Ganz wenig. Ja, 1,5 die Minute. Keine Ahnung. Ist ja egal, ob ich das jetzt hier ran packe. Soviel kommt ja da gar nicht bei rum. Okay. Ah, da kommt hier nochmal so ein Fusionator hin. Den würde ich dann hier mittig setzen. Ja, wusste ich es doch. Warte. Warte ich mal da hin. Ist das mittig? Ja, ist es. Okay. Nochmal ein Fusionator. Also ein paar Fusionatorin kommen da hin. Könnte man hier sich setzen, obwohl... Das ist doch Platz. Ist doch genug Platz. Okay. Warte nach unten raus. Und... Da. Und natürlich auch hier. So, okay. Und eigentlich könnte der doch schon loslegen, ne? Der braucht doch nur Funk. Funk, Steuereinheiten und Kühlsysteme. Okay, Funk, Steuereinheiten war das erste Ding hier, ne? Ja, okay. Funk, Steuereinheiten war das hier. Zwei. Ich muss es so machen. Ach, ist natürlich die Frage. Gehe ich das am besten hier hin? Oh. Obwohl, das kann ich ja hier an die Decke packen, ne? Ich mach's mal so. Genau. Weg. Da, wieder da hin. Dann. Geht das? Geht das? Moment mal. Wo ist das Ding? Das ist ungefähr... Ne, ich muss das anders machen. Ich muss es anders machen. Gehe ich... Ja, in die Richtung packen. 90 Grad? Nein! No, komm jetzt. Im letzten Moment verziehe ich immer. Ja, das ist mir auch ein Rätsel, warum das passiert, aber es passiert halt, ne? So. Und jetzt kann ich dich nämlich ganz locker hier langziehen. Oder auch nicht. Doch, geht. Das ist sehr windig. Ne, das war hier drauf, ne? Okay. Eins, zwei zurück und dann da rennen, ne? Küh, das sollte so passen. Das müsste der eigentlich schon produzieren. Ohne Witz. Ja, das kann er sogar. Warte. Das bedeutet, ich hätte das Ganze auch... Warum habe ich jetzt hier schon wieder keine Linie angezeigt? Ach, Manni. Spuil. Spuil, 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 Spuil. So, hier mit dich. Eins, zwei. Ja, genau. Und schon wieder die Maus verzogen. Ich mache es mal so rum. Vielleicht geht das. Nö, geht auch nicht. Doch. Okay, dann braucht das Ding nur noch Strom. Und dann sind wir da durch. Dann hätten wir zumindest... Ja. Warte, wo ist denn hier Strom? Da, ne? Fuck ich mal. Ne, ne, ne. So nicht. So plump machen wir das nicht. Irgendwie gerade hier hin. Wo genau ist das? Hier mittig. Da mittig. Hier nochmal mittig. Und dann rund. Ne. Ein bisschen vorwärts. Okay. Da, ne? Oh, sollte passen. Ja, passt sogar. Okay. Hier kommen keine Funksteuereinheiten an. Warum nicht? Oh, oh. Das ist Gummi, ne? Ach, Mann. Warum? Stimmt. Das ist... Das ist ja das... Das Gummi. Geht ja gar nicht. Okay. Da weg. Jetzt ist hier Gummi dran. Okay, das wäre der erste. Okay, mache ich nochmal. Diese Richtung. Du. Diese Richtung. Warte. Gummi muss da hin. Okay. Da kann ich nämlich Gummi in die andere Richtung machen. Ja, ja. Wenn man nicht mehr im Kopf hat, wie es eigentlich ist so. Du musst... Wo ist das Ding? Bahne. Hier so irgendwo. Okay. Oder klappt es wieder, ne? Also, absolut. Das ist hier genau mittig. Sehr, sehr gut. 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 Also, hier wäre es... Richtig. Richtig, richtig, richtig. Eins, zwei, zurück. Und da rein. Sieht nicht besonders gerade aus. Okay. Warum nicht? so das ist doch hier ja genau auf der linie also hier genau auf der linie das wäre hier 12 zurück und dahin müsste gerade sein sondern sollte der loslegen oder drei supercomputer die minute super computer sind eingestellt gut das ist okay so jetzt muss gummi auch noch hierhin irgendwo ich bringe ich den gummi hier her kurz überlegen okay ich glaube ich habe eine idee neben den gummi auch von hier so ich glaube dass es soweit ein bisschen was das ding mittig das ist mit 2 zurück und auto safe jojo ach nee ach man das ist doch das eingang oder ausgang den falsch gesetzt ausgang 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 das muss ein fusionator das ist ein splitter also das kann nicht funktionieren äh doch fusionator ne genau wo ist denn jetzt hier der ausgang dein du musst weg dann käme hier noch mal ein fusionator hin da und einen da hin so der eingang ne splitter muss da hin oh mein oh mein oh mein äh fährt aber ein splitter genau da kommt ein splitter hin der muss weg da muss ein splitter hin so du kommst weg du kommst weg und jetzt sollte das gehen also von hier ja genau verbindet sich leider nicht jetzt aber ne jetzt sollte das gehen jetzt kommt hier gummi an sehr sehr gut geht dann von hier dahin und von hier dahin okay jetzt fehlt hier ich habe keinen strom hätte das gedacht okay das sag ich viel zu oft ne strom ist ungefähr hier ist das was das so sollte sich das füllen mit kühlsystemen und mit gummi ach so natürlich so komm schon komm schon genau okay kühlsysteme und gummi sind drin jetzt müssen wir von hinten loslegen okay also von da davor gibt es jetzt ähm ja drei assembler für motoren und ne ich muss das von hinten anfangen dann baue ich halt ewig lange bänder ist egal aber das funktioniert ja erstmal oder das ist irgendwie schief mag nicht dass es schief ist es funktioniert okay ich würde jetzt mal hier die 14 schmelzöfen aufbauen da hier kommt unser reisen lang ähm das wäre äh ja kann ich das so hin 14 Stück brauche ich das so komme ich da vorbei muss auf jeden Fall hier vorbeikommen okay gut dann brauche ich die 14 mal ähm mhm ja komm ist doch Platz hier oder 14 Stück drüber oder drunter wie sieht es hinten aus ja komm 1 2 3 4 5 6 7 also ne der nicht 8 9 ja das ist genug Platz 10 11 12 13 und nummer 14 ok und der letzte ist getaktet auf was machen wir hier eisenbar ne äh genau 77,8% ok ok und da eisenbarren einstellen kopieren na so ok Strom äh der Stromanschluss ist hier vorne mhm ich hab was hier wenn ich hier noch so ein Ding dazwischen stelle oder packe ich das dahinter ich packe das irgendwo dahinter vielleicht ähm hier so na komm jo richtet sich das nicht aus komm bitte richte dich doch aus ähm das ist genau hier mittig irgendwo ne ich packe es mal da hin äh so äh ah ne ne haut nicht hin also ich packe die beiden die beiden nochmal hinten hin aber das hier komplett falsch ja ist es auch muss nämlich nicht da hin sondern das Moos hier hin ok das muss weg so ok äh ach ne nicht dein Ernst ok dann packe ich die beiden wieder weg oder vielleicht drei ja drei äh ja drei und die packe ich hier hinten wieder ran eins zwei und drei der war bei 78 ne 77,8 so acht ok hier kommt eisenbahn hin einstein kopieren und da ok 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 wenn ich noch nach hinten gehe ja dann wird es eng dann wird es eng ich hätte hier gerne so ein pfosten noch gehabt dann wird es halt eng was soll's spielt doch keine rolle hat das schon irgendwie hin basteln so da ein und den genau da kann ich nämlich wenn hier der strom ist könnte ich nämlich hier noch so eine posten setzen hier den anderen lasse ich mal okay so da gehe ich kurz noch mal ein paar stahlträger holen und dann sehen wir uns hier wieder okay ich glaube ich zäume das ich habe es von hinten aufgezogen werde ich dann jetzt auch weitermachen müssen weil sonst geht es nicht es fehlen motoren was fehlt noch wenn hier funk steuereinheiten cooling systems und steuereinheiten so ja klar die ihn ja hier runter ne ja funk steuereinheiten euch das denn da muss ich gehen der ist schon richtig aber hier oben normalen splitter ne ja das sind doch die funk steuereinheiten oder ne das ist der gummi mani warte mal warte mal warte mal warte mal hier gehen doch die funk ja alles klar kühlsystem in der funk steuereinheiten die geht auch hier hin die kommen von hier ne da kommen die funk steuereinheiten gehen direkt da hinein okay das hätte ich wahrscheinlich anders lösen müssen und werde warte also weg kupfeck richtig so dann ja würde würde gehen würde gehen würde then gehen bitte gehen würde befinderte so okay die zwei weg weg dann müsste ihr müsst hallo kannst du bitte mal da snappen hallo ich möchte dass du da snappst hallo geht's noch? nicht da unten hier da genau so und dann so ne das sollte eigentlich funktionieren okay okay warte sehe ich hier keine Linie mehr sehr gut ähm ich glaube das ist die Mitte ne was ist das? und tja komm jetzt das hier ne das war die Mitte 1 2 zurück dahin okay ja 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 okay dann müssen die funksteuern halten von hier nochmal dahin und zwar ähm hier so irgendwo oh nee das passt passt nicht ne 3 ne so okay warum snappt das hier nicht richtig okay das ist schon mal klar die müssen weg dann und hier bitte dahin da dahin und jetzt fehlen jetzt eigentlich nur noch die Motoren oder? da schauen wir mal äh ne okay ja geht doch das ist kompliziert aber es geht so jetzt kommen hier Motoren Motoren fehlen noch Motoren könnte ich da hinten natürlich die Motoren boosten mach ich ja mal nicht ich werde Moment mal ich werde wie gesagt das ganze von hinten nach vorne nochmal aufzäumen okay das heißt ich brauche hier drei äh Assembler die Motoren machen okay das kriege ich da hin ne äh drei Fabrikatoren die Motoren machen natürlich müssen die in die Richtung raus ne genau drei Stück die soll machen bitte Motoren Hallo äh äh ganz normaler Motor oder? ja ganz normaler Motor mit Motoren und Stattoren alles gut ähm okay äh 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 er will das nicht einfügen warum nicht ah jetzt gut okay so weit so gut dann muss ich das jetzt nochmal fertig bauen und zwar äh äh hier so lang und zwar kommt das ganze von nein doch so nicht ist eigentlich egal wie ich das äh äh beim ersten Mal machen sondern da muss es von da kommen ne äh äh richtig genau so da muss es von da kommen weg die kommen weg so und hier im fuß und hat war hin sorry sorry äh 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 nein 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 fusionator ne da muss er hin da muss er hin warte hier ne geht in äh die Richtung jo dann nochmal da so sag mal das ging schon mal besser ohne witz okay ja auto safe achte wir bekommen das heute fertig ich glaub's ja nicht aber das mit den Zügen das hab ich immer noch nicht so richtig durch ähm ja okay gut äh so hä wieso Input nein ist doch kacke so kennt man mich ne ja ja weiß ich doch Output brauche ich äh fusionator ja das sollte passen ich bin echt mal gespannt auf das neue Update okay ähm so jetzt aber jetzt kann man das hin ne das müsste so eigentlich klappen ne darin ne richtig von da von da darin ach was denn jetzt passiert junge junge da hin ist gut so so geht doch super es ist kompliziert wenn ich es reparieren muss hab ich keine Ahnung wie es geht aber hä weiter im Text okay ich hab das jetzt mal umgebaut also die Strecke war ein bisschen kurz ist egal wir brauchen jetzt auf jeden Fall hier mittig äh würde ich sagen ähm jo ähm na komm her komm her komm her ja da war ein Splatter die brauchen wir auf jeden Fall okay und das kommt von hier ne ja das müssten sieben sein okay geht das ah es neppt so viel okay gut dann muss ich das so machen alles klar gut dann verbinden kann ich hier Doppelklick machen nö oder mhm okay so ich hab jetzt hier 14 gebaut davor hatte ich äh ja 13 gebaut ne deshalb hab ich die letzten beiden ähm einer war ja 77 was war das 77,8 ne da ich einen mehr hab hab ich die gestellt auf ne hab ich gar nicht wieso nicht doch 38,9 genau kommt da hin so passt wir brauchen hier äh eisen 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 kommt hier lang ne okay müsste dann äh ja hierhin okay eisen da kommt hier eisen mhm schwierig wo kommt es da lang nee erstmal immer dicht machen äh ja ok eisen kopf von hier muss da hin mhm und dann packe ich das da hin ohne witz wo ist denn die linie hallo linie man oh man das war früher echt mal viel viel besser war da eins zwei dahin ne ok hat keinen strom ist klar müsste ich jetzt machen ok das bedeutet dieser Pfosten Dingsbums ja ist ja total unnötig mittlerweile ok da kommt der weg ich brauche nämlich einen hier mittig ne so nein sechs hoch los und weg mhm mhm ja ja ich bin nicht der schnellste Bauer aber 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 der chaotischste mit Sicherheit warte chaotisch times ten that's me ok mhm 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 schon wieder in der ganze folge verschwendet nur mit mit rumalbern und machen und nicht gut sein kömmet doch wenn man das so mittig macht dann spart man ja so ein bisschen kabel und ein bisschen ja du kommst noch mal hier hin und du kommst dahin ok und der strom her wie immer irgendwo da passt das jetzt doch jetzt was gemacht es wird was gemacht okay man das ärgert mich ich wollte heute fertig bauen ging leider nicht ne ok dann bedanke ich mich fürs zuschauen wir sind dann warte montag ja kann sein gehabt euch gut und tschüss